Kapitel 26. Die Handicap-Berechnung Mathematikunterricht im Freien Das 26. Kapitel unserer Humor-Wollen-Reise durch die Welt des Golfsports beschäftigt sich mit einem Aspekt, der oft Kopfzerbrechen und Schmunzeln zugleich verursacht, die Berechnung des Handicaps. Diese komplexen mathematischen Formeln, die dazu dienen, die Spielstärke eines Golfers zu bewerten, verwandeln den Golfplatz manchmal in einen Klassenraum für angewandte Mathematik. Beginnen wir mit der Grundidee des Handicaps. Es soll eine faire Vergleichsbasis zwischen Spielern unterschiedlicher Fähigkeiten schaffen. Doch die Berechnung dieses Handicaps mit all seinen Anpassungen, Differentialen und Kursbewertungen kann für viele Spieler verwirrend sein. Die Versuche, das eigene Handicap zu verstehen oder zu berechnen, führen oft zu Humor-Wollen-Szenen, in denen Golfer mit Zetteln, Taschenrechnern und verwirrten Gesichtsausdrücken anzutreffen sind. Dann gibt es die Diskussionen über das Handicap, die oft einen Teil des sozialen Gefüges in Golfclubs ausmachen. Golfer prahlen mit Verbesserungen, jammern über ungerechte Bewertungen oder tauschen Tipps aus, wie man das System spielen kann. Diese Gespräche, oft geführt mit einer Mischung aus Ernst und Ironie, sind ein fester Bestandteil der Golfkultur. Die Komik der Handicap-Berechnung liegt auch in der Ernsthaftigkeit, mit der dieses Thema behandelt wird, verglichen mit der zugrunde liegenden Einfachheit des Spiels einen Ball in ein Loch zu schlagen. Die Vorstellung von Golfern, die sich intensiv mit der Mathematik ihres Sports auseinandersetzen, steht im lustigen Gegensatz zum Bild des Golfspiels als einer entspannenden Freizeitaktivität. In diesem Kapitel haben wir die Welt der Handicap-Berechnung im Golfsport erkundet ein komplexes, aber wesentliches Element, das sowohl für sein Potenzial zur Verwirrung als auch für seine Rolle in der Golfkultur bekannt ist. Die Handicap-Berechnung ist mehr als nur eine mathematische Formel, sie ist ein Teil des Spiels, der Strategie, Gesprächsstoff und manchmal auch ein wenig Kopfschmerzen mit sich bringt.